Die hierzu erwerbende gut gepflegte 6-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Steinfurt. Das Objekt wurde 2005 erbaut und wird über eine Pelle-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 179 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 390.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020